Vielleicht kann auch ein Sprachbild, eine Metapher helfen, ein Feuerwerk an Ideen, Raketen, die in deinem Kopf aufsteigen. Jetzt läuft es wie ein Schweizer Uhrwerk. Sich geerdet fühlen wie eine deutsche Eiche, aus einem kleinen Bach wird ein reißender Fluss oder lautmalerische Formulierungen wie Wusch, Bäm, Trara. Ja, entscheidend ist die Arbeit an dieser Flow-Beschreibung. Das heißt, es ist ganz normal, dass die erste Version noch nicht perfekt ist. Es ist eher so, dass man diese Beschreibung sehr gut ergänzen und optimieren kann, nachdem man das nächste Mal einen echten Schreibflow hatte. Wenn dieses Gefühl, völlig im Schreiben aufzugehen, noch frisch und präsent ist, fällt es leichter, die passenden Wörter zu finden. Dennoch kann es natürlich sein, dass dir hierzu insgesamt relativ wenig einfällt und du eher Schwierigkeiten hast, dieses Schreibflow-Gefühl in Worte zu fassen. Dann können dir die folgenden Übungen helfen. Emotionstagebuch Reflektiere über vier Wochen täglich, wie intensiv du deine Emotionen heute erlebt hast. In der ersten Woche geht es nur um eine Zahl. 0. Ich habe meine Emotionen heute gar nicht gespürt. 10. Ich habe meine Emotionen heute intensiv gespürt. Die Richtung ist zunächst egal, also ob es eine positive Emotion war, wie Freude, Dankbarkeit, Gelassenheit, Stolz, Inspiration, Liebe oder eine negative Emotion wie Wut, Ärger, Angst, Trauer, Enttäuschung. Interessiert in der ersten Trainingswoche noch nicht. Du wirst sehen, dass du spätestens ab Woche drei einen immer stärkeren Kontakt zu deinen Emotionen bekommst und diese auch besser in Worte fassen kannst. Es geht hier nicht um eine Beurteilung deiner Emotionen, ist das gut, oder gar um eine Veränderung, sondern einfach nur darum, dass du lernst, deine Emotionen besser wahrzunehmen und zu beschreiben. Der Effekt, der durch dieses Emotionstagebuch erzielt wird, ist also nur ein Bewusstmachen. Aber genau das ist schon der Trick, wenn man so will. Du richtest deinen Fokus verstärkt auf Emotionen. Dadurch beschäftigst du dich intensiver mit deinem emotionalen Erleben und kommst automatisch auf Erkenntnisse, denn Menschen sind perfekte Lernwesen.